Ach, das klingt aber auch dumm. Warte mal. Moin, ich bin Tom von Originalräder und heute geht es um das Thema abgefahrene Reifen und warum diese besonders gefährlich für dich sind. Grundlegend erstmal gesagt, das Profil deiner Reifen bestimmt, wie gut oder schlecht deine Fahreigenschaften sind. Das bedeutet, je weiter dein Profil abgefahren ist, desto schlechter sind auch deine Fahreigenschaften. Dabei handelt es sich um Eigenschaften wie zum Beispiel den Bremsweg, die Wasserverdrängung oder deine Haftung auf Schnee und Eis. Hier haben wir dir einmal einen abgefahrenen Reifen mitgebracht, an dem man sehen kann, wie flach das Profil bereits ist, weil hier schon sehr viel von dem Profil abgefahren wurde. Im Vergleich dazu haben wir einen neuen Reifen mitgebracht. Dort siehst du, dass das Profil wesentlich höher ist und das bedeutet auch, dass deine Fahreigenschaften besser sind. Also, wenn deine Reifen jetzt besonders abgefahren sind, kann es passieren, dass du durch einen verlängerten Bremsweg einen Auffahrunfall hast oder durch Aquaplaning ins Rutschen kommst und dadurch eventuell im schlimmsten Fall von der Fahrbahn abkommst und dann einen schweren Unfall baust, der dich und dein Leben gefährdet. Um das zu vermeiden, solltest du regelmäßig deine Profiltiefe messen. Wie man das richtig macht, haben wir dir in einem anderen Video erklärt, das wir dir hier oben verlinken. Dabei solltest du immer beachten, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe 1,6 mm beträgt. Aber Reifenhersteller und der ADAC empfehlen, deine Reifen ab einer Profiltiefe von 4 mm zu wechseln. Für mehr Informationen schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, in unserem Ratgeber. Dort haben wir euch zu dem Thema abgefahrene Reifen noch weitere Informationen verlinkt und auch weitere Texte. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017